Was bisher geschah. SceneTakeTV hat bei NextUp gewonnen. Dan wurde auserwählt, um sein Team in London zu vertreten. Nach einer langen, beschwerlichen Reise zu Fuß ist Dan endlich in London angekommen. Und so geht's weiter. Hey, um, I'm looking for YouTube stars. Are you a YouTube star? I'm a YouTube person, yes. Oh, cool. I have subscribers. I just want a picture. Alright, let's take a picture. Oh. Wait, you don't want to be in the picture? No, no. That's cool. This is the creepiest. Can I stand beside you while you do it? You want me to smile? Okay, I was talking while you took that. Okay, that's okay. Okay, ready? Okay, tell me when you're gonna take the picture. You're done. We're done. Dan hat die Aufgabe, innerhalb von zwei Tagen ein Video zu drehen. Doch ohne das SceneTakeTeam ist Dan sichtlich überfordert. Die richtige Idee will einfach nicht kommen. Okay, also ich bin im Arsch. Ich bin voll im Arsch, weil ich weiß nicht, was ich drehen soll. Alle anderen sind hier schon fleißig am Filmen und ich hab gar nichts. Also wenn Lars hier wär, dann wird das alles viel schneller gehen, weil, naja, dann hätte man Brainstorming gemacht und so. Aber ich allein, ich weiß nicht, also. Hey. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Dann hat endlich einen Plan und macht sich sofort an die Arbeit. Ob Dan Erfolg hat oder kläglich versagt, sehen Sie gleich nach der Werbung. Ja! Ich hab's. 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 Vielen Dank.